Bro, das ist crazy. Ich hab noch nie so eine Art Spiel gespielt. Hier sitzt du, pass auf. Das ist wirklich Köln-Breslauer Platz, Alter. Scheiße. Ich glaube, das ist die Snitch, weil auf ihm steht Snitch drauf. Okay, dann haben wir es doch. Ich gehe davon aus, er ist es. Ey, wofür ist ein Vorrichtsauflader? Für eine Vorrichtung, aber ich checkladen. Ah, für eine Vorrichtung, danke, Digga. Mega Zimt, Digga, danke. Oh mein Gott, da ist der Hühner, der Hühner. Ich hab einen, ich hab einen Schlüssel. Hab einen Schlüssel mit dem Stern drauf. Man hört sich nur übers Walkie-Talkie. Ich hab einen Schlüssel. Wir können weiter. Nice, ich schieb weiter. Nick, ist alles okay? Nie, Bro. Was zum Ficken? Bro. Das ist Psychosengas. Ey, die Vorricht ist der Hässliche. Alter, musst du ihn ablenken. Das Autoilette ist ein gefährlicher Ort. Oh boy. Alter, musst du ihn ablenken. Die Trauentoilette, Digga. Okay, schön. Ich schieb ihn weiter, ich schieb ihn weiter. Ey, könnt ihr Kroko hören? Ey, du bist so einwegig. Du bist so... Alles gut. Scheiße. Ey, Kroko, was ist dein Problem da jetzt? Wenn Kevin einmal liegt, ich lass ihn liegen. Wirklich, bis zu Ende der Zeit, Mann. Ey, wir können da aufbrechen. Wir wollen einen Schlüssel noch. 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 Es ist dein Schlüssel noch. Es ist dein Schlüssel noch.